Hey Leute, was geht da? Wir sind wieder so easy und wir machen uns gerade mal wieder bereit für eine Hochzeit. Der Robert packt gerade noch das Auto voll. Ich habe keine Ahnung, wie das alles da reinpassen soll und ich habe auch keine Ahnung, wo wir hingehen, aber es geht auf jeden Fall gleich los. Bis dann! Ich bin der Joris 3. Ich spiele hier bei Anja und Johannes auf der Hochzeit. Klasse, super. Die Sängerin ist richtig toll. Wer bist du denn? Hallo, ich bin die Isi. Hallo, Isi. Ich bin heute hier im Saal auch. Wunderbar! Ciao, das reicht es. Ja, herzlich willkommen in so eine neue Runde, neues Glück so easy heute in Fladungen. Wir sind hier sogar schon mal in dieser wunderschönen Halle. Wir freuen uns auf die nächste Runde. Die erste haben wir schon hinter uns. Und dann ist bestimmt noch Stimmung und es wird eine ganze Menge getanzt. Ja! 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 Fessi! Ne! Ich bin Lexikon Jonas hier in Fladungen in der Haus. Schönen Boulderabend. Hier geht es ab, hier geht es rund. Und Isabel findet mir in den Mund. Ja! 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 Ach du coq! Ja, da geht es she them. Ich bin Chris's. Weitwende Zeilen zahlen ein Bein von drei, weil super schön im Wetter, toller Musik, natürlich. Und dann dort, die Läcke, die Gruß am Baden, die dort, die Gruß am Baden, hüpfen hier und dort und überall. Sie sind für dich da, wenn du sie brauchst, das sind die Bummibären. Servus, Leute, wir sind heute in Bad Ems in einem wunderschönen Kurart. Ihr könnt euch ja mal umschauen, wenn die Isi mal rumschwenkt. Es ist wunderschön hier und wir sind in einem sehr, sehr guten Hotel. Wir freuen uns auf den Abend heute, hoffen wir haben eine wunderschöne Zeit, haben sogar ein Hotel. Heißt, wir können heute alle mal ausnahmsweise ein Bierchen mehr trinken. Und ja, wir freuen uns auf den Abend und sagen, haut rein. Und ja, wir freuen uns auf den Abend. Und ja, wir freuen uns auf den Abend. Ich will es genau so blöde wie ich 9-11-4